Die Familie Wollny wächst und wächst. Zuletzt begrüßten Sarafina Wollny und Ehemann Peter ihr drittes Kind, nun warten Fans auf Loredanas zweites Baby. Die Nachricht, dass Loredana Wollny schwanger ist, kam im Sommer 2022 für viele Fans unerwartet. Immerhin galt die damals 18-Jährige als das Küken der Familie, hatte gerade erst ihre Volljährigkeit gefeiert. Doch gemeinsam mit Partner Servet wuppt die Blondine seit Dezember letzten Jahres den Alltag als Mama, geht in ihrer Mutterrolle voll auf. Auch mit ihrem Liebsten ist sie nach wie vor glücklich, gemeinsam feierte das Paar im März 2023 seine Verlobung. Loredana Wollny reagiert auf Schwangerschaftsgerüchte. Nur wenige Monate nach der Geburt von Sohn Aurelio, gab es schon wieder Gerüchte um eine angebliche Schwangerschaft des RTLZW-Ei-Stars. Hintergrund war ein Familienschnappschuss mit Freund Servet und Baby Aurelio, auf dem Loredana sich den Arm vor den Bauch hält. Familie ist, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet, hatte die Blondine unter das Bild geschrieben. In der 19-Jährigen lösen die Gerüchte um eine angebliche Schwangerschaft vor allem eins aus – Augenrollen. Ich bin nicht schwanger, ließ Sylvia Wollnys Tochter ihre Fans genervt in der Kommentarspalte wissen. Nachdem Follower – innen Dinge wie, da ist ein Geschwisterchen unterwegs – unter den Schnappschuss geschrieben hatten. Loredana Wollny reagiert auf Baby-Spekulationen, doch Loredana Wollny ist nicht die einzige, die, verständlicherweise, gereizt auf die Spekulationen reagiert. Auch einige Fans stärkten dem Wollny-Küken den Rücken, pflichteten ihr mit Kommentaren wie, sowas kann sehr verletzend sein. Ein Bauch verschwindet nicht einfach so nach einer Schwangerschaft, oder, traurig, dass man heutzutage nicht mal mehr ein einfaches schönes Familienfoto posten darf, ohne dass man sofort sagt, sie wäre schwanger, bei. Damit sollte klar sein, Loredana Wollny ist nicht schwanger, genießt aktuell schlicht und einfach ihre Zeit Baby und Freund Servet in der Türkei. Dass das Thema für die Fans damit abgehakt ist, darf bezweifelt werden. Das haben wir sehen, als Idealer-Küken-IX-P catalog an den Schnappschuss finden, wird nicht spannend. Was ist ein Das sind die Schnappschuss? Das ist die Schnappschuss, der sich hervorher, Das sind die Niezwerg-Charger-Siehe. Die Schnappschuss-Gescher-Küken-Küken-Parten-Siehe. Untertitelung des ZDF, 2020